Nur wenige Marken in Deutschland haben mich bislang so enttäuscht wie A. Lange und Söhne und Tutima. Du willst wissen warum? Bleib einfach dran! Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Nicht jeder teilt meine Leidenschaft für Uhren und das ist auch absolut in Ordnung so. Was mich aber überrascht ist, dass ich diesen Eindruck auch bei einigen Herstellern gewinne. Zuletzt war das der Fall bei A. Lange und Söhne und Tutima. Lasst mich kurz erklären warum. Immer wenn ich mich mit Marken auseinandersetze, dann trete ich natürlich mit den Marken auch in Kontakt. Zum einen, weil ich eventuelle Uhren zum Abfilmen haben möchte. Zum anderen auch, weil ich gerne Bildmaterial nutzen möchte der Firmen, um bestimmte Sachen einfach zu illustrieren. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, da habe ich versucht einen Kontakt mit Tutima aufzubauen. Und sechs, wirklich sechs meiner Mails blieben komplett unbeantwortet. Ich habe dreimal dort angerufen und habe letztes Jahr auf der Watchtime in Düsseldorf auch mit dem Betriebsleiter gesprochen, der mein Anliegen in sein Notizbuch geschrieben hat, in meiner Anwesenheit, als ich dabei war. Also er hat es wirklich getan, nicht nur gesagt. Und auch danach ist keiner meiner Kontaktversuche beantwortet worden. Und das finde ich mega enttäuschend. Aus diesem Grunde kann ich kein Bildmaterial von Tutima verwenden, weil ich einfach nicht die Genehmigung habe, fremdes Bildmaterial zu verwenden. Und aus dem Grund werde ich auf meinem Kanal auch keine Tutima Uhren zeigen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich einen Abriss über Tutima geben, im Rahmen einer Glashütte-Serie, weil Tutima einfach zu Glashütte gehört. Allerdings wird dieses Video, in dem das passiert, ohne jegliches Bildmaterial von Tutima passieren. Ähnliches, wenn auch nicht über einen so langen Zeitraum, ist mir mit A. Lange und Söhne passiert. Ich habe dort angerufen, man hat mir eine E-Mail-Adresse der Pressestelle gegeben. Ich habe diese E-Mail-Adresse der Pressestelle auch im Impressum der Webseite von A. Lange und Söhne verifiziert, ob ich mich vielleicht verhört habe. Habe insgesamt fünf Mails dorthin geschrieben, habe noch zweimal hinterher angerufen. Und wie bei Tutima habe ich null Antwort bekommen. Nichts. Nicht, weil ein Einzeiler, wir sind im Urlaub, oder ein Einzeiler, kein Interesse oder sonst irgendwas. Absolut nichts. Und das Ganze hat sich jetzt über sieben Wochen hingezogen, sodass ich mich entschieden habe, auch ein Video über A. Lange und Söhne zu machen. Allerdings auch ohne jegliches Bildmaterial, was wirklich abgrundtief schade ist bei A. Lange und Söhne. Denn es sind unglaublich außergewöhnliche Uhren, aber ohne die Genehmigung, Bilder zu verwenden, tue ich das nicht, um nicht in rechtliche Probleme zu kommen. Und werde das entsprechend auch, ähnlich wie bei Tutima, relativ kurz halten. Ursprünglich hatte ich geplant, gerade über A. Lange und Söhne zwei oder drei Videos zu machen, weil es dort so viel zu erzählen gäbe. Aber wenn die Firma kein Interesse daran hat, mir auch nur mit einem einzigen Satz zu antworten, dann ist mein Interesse daran, diese Firma in epischer Breite vorzustellen, auch wirklich limitiert. Aus diesem Grunde gibt es in diesem Video heute kurze historische Abrisse über A. Lange und Söhne und Tutima, komplett ohne Bilder und auch ohne Vorstellung der breiten Produktpalette. A. Lange und Söhne ist wohl bekannt als Luxusmarke für gehobene oder höchste Ansprüche. Das Portfolio der Marke bewegt sich ab dem unteren fünfstelligen Bereich, so um die 15.000 Euro, mit der Saxonia Thin, bis hin zu einem Bereich von knapp unter zwei Millionen Euro pro Uhr, wohlgemerkt, für die auf sechs Stück limitierte Grand Komplikation. Also auch hier zeigt sich, wie unglaublich breit aufgestellt A. Lange und Söhne ist und in welchem Segment sie sich bewegen. Wirklich etwas für die höchsten Ansprüche und wohl auch die bekannteste deutsche Luxusuhrenmarke. A. Lange und Söhne gehört seit 2001 zum Richemont-Konzern und zeichnet sich durch einen sehr, sehr hohen Anteil an Handarbeit, eine unglaubliche Fertigungstiefe und eine sehr, sehr hohe Detailverliebtheit, verbunden mit sehr großer Präzision der Ausführung. Wirklich richtig viel Arbeit und viel Detailverliebtheit und sehr genaue, wunderschöne, hervorragend gearbeitete Uhren. Die Marke entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Ferdinand Adolf Lange die Uhrenindustrie nach Sachsen brachte und die Uhrenindustrie in Glashütte ansiedelte, und zwar auf eine Art und Weise, die die damals in Europa vorherrschende und dominierende Schweizer Uhrenindustrie massiv unter Druck setzte. Anders als bis dahin üblich wurden Uhren nicht von einem Uhrmacher von A bis Z komplett gefertigt, sondern Adolf Lange führte eine Arbeitsteilung ein. Ich will nicht sagen Fließbandarbeit, weil es kein Fließband, kein Fließendesband gab, aber es gab Arbeitsstationen, in denen bestimmte Arbeitsschritte repetitiv immer wieder ausgeführt wurden, was dazu führte, dass die Uhren schneller produziert werden konnten, effizienter und in höheren Stückzahlen. Und das hat die Schweizer Uhrenindustrie damals massiv unter Druck gesetzt und war in der Uhrenindustrie ähnlich innovativ wie das Einführen der Fließbandarbeit bei Ford. Also wirklich ein Pionier der Uhrenindustrie. Das war aber nicht die letzte Innovation, die durch A Lange und Söhne ins Leben gerufen wurde. A Lange und Söhne hat auch eine andere Spiralenlegierung erfunden, entwickelt, die auch heute noch in den meisten, zumindest aber in vielen Uhren eingesetzt wird und die heute unter dem Handelsnamen Nivarox bekannt ist. Und ihr kennt bestimmt noch die Scheibenuhren, das heißt die digitale Anzeige der Zeit durch Ziffern, die ähnlich wie beim Datum umklappen, durchlaufen und auf dem Ziffernblatt sichtbar sind. Der Nachteil dieser digitalen Zeitanzeige bei mechanischen Uhren ist ein sehr hoher Verschleiß und auch hier hat A Lange und Söhne durch Innovation den Verschleiß reduziert und diese Art der Anzeige tatsächlich alltags- und gebrauchsfähig gemacht, ohne dass die Uhren überdurchschnittlich wartungsanfällig wurden. Ein weiterer Punkt und ihr merkt, das Ganze ist jetzt etwas episodisch und nicht in epischer Breite. Ein weiterer Punkt, der mir bei A Lange und Söhne wirklich aufgefallen ist und was ich sehr bemerkenswert finde, jedes der Uhrwerke wird zweimal montiert. Und das hat auch einen Grund. Die Uhrwerksteile werden roh, unbehandelt, aber mit einer Beschichtung zur Verfügung gestellt. Dann wird das Uhrwerk zusammengebaut und es wird justiert aufeinander abgestimmt, es wird perfektioniert, sodass das Uhrwerk insgesamt nicht nur eine zusammengebaute Einheit von Einzelteilen ist, sondern eine Gesamtheit, die aufeinander abgestimmt ist. Dabei können natürlich Gebrauchsspuren entstehen, wenn mal ein Schraubenzieher ein kleines bisschen abrutscht, ein Fingerabdruck hier, ein bisschen Dreck da. Alles das spielt zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle, denn hier geht es nur darum, die Teile aufeinander abzustimmen und fein zu justieren. Dann wird das Werk wieder demontiert, gereinigt, es wird poliert, es wird perliert, es wird geschliffen, es wird verschönert. Und erst wenn die aufeinander abgestimmten, perfektionierten und auch optisch verschönten Teile fertig sind, erfolgt die Endmontage und das erfolgt wirklich bei jeder Uhr, völlig unabhängig davon, ob es eine einfache Dreizeiger ist oder eine hochkomplizierte Uhr. Ich finde sowas faszinierend. Das treibt natürlich den Preis hoch, rechtfertigt vielleicht nicht unbedingt einen Preis von knapp unter zwei Millionen, aber es sollte auch klar sein, dass man bei diesem Aufwand, und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, was Alange und Söhne mit seinen Uhren macht, dass eine solche Uhr nicht für unter 1000 Euro zu bekommen ist. Es gäbe noch unglaublich viel mehr zu Alange und Söhne zu sagen, aber ohne Bilder wird es irgendwann langweilig. Und wie gesagt, aufgrund der Ignoranz, die mir entgegengebracht wurde, ist meine Bereitschaft, hier in epischer Breite die Marke vorzustellen, auch wirklich limitiert. Aber Alange und Söhne, und das kann ich aus Überzeugung sagen, ist eine Ikone der deutschen Uhrenindustrie. Schade, dass sie mit mir nicht reden. Ansonsten könnte ich noch sehr, sehr viel mehr über die Marke sagen. Die zweite Marke in dem Video, ohne Bilder und ohne unterstützende optische Eindrücke, ist Tutima. Tutima führt die eigene Tradition auf die Marke Tutima zurück, die ab 1926 von den beiden Firmen Urofa und Ufac verwendet wurde. War also nicht ursprünglich eine eigene Firma, eine eigene Gesellschaft unter dem Namen Tutima, sondern in Anführungsstrichen lediglich eine Marke. In den 30er Jahren haben die beiden Firmen Urofa und Ufac ungefähr 1000 Mitarbeiter beschäftigt, was zeigt, dass es wirklich eine bedeutende Kooperation dieser beiden Marken war und nicht nur eine kleine Klitsche der Uhrendustrie, sondern schon ein ziemlich breiter Pfeiler im Bereich der Uhrenproduktion. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Geschäftsführer dann in den Westen übergesiedelt oder geflohen und hat dort weiter Uhren vertrieben, allerdings nicht unter der Marke Tutima, sondern unter anderen Handelsmarken wie zum Beispiel Glashütter Tradition. 1956 ist dann dieser Betrieb zahlungsunfähig insolvent geworden, wurde verkauft und die neuen Besitzer haben aber die Uhrenproduktion und den Uhrenvertrieb fortgeführt und ab den 60er Jahren auch wieder den Namen Tutima auf den Uhren verwendet, sodass dieser Name, diese Marke wieder auf dem Markt sichtbar wurde und wieder Verwendung fand. 1970 wurde Tutima beim Deutschen Patentamt eingetragen, ist seitdem geschützt, kann nicht weiter verwendet werden und ab 2008 hat Tutima begonnen, die Produktion wieder nach Glashütte zu verlagern und ab 2011 werden in Glashütte wieder Tutima Uhren gefertigt mit komplett entwickelten und auch gebauten Inhouse-Kalibern sowie Inhouse veränderten und modifizierten Kalibern für die Tutima Uhren. Tutima steht heute für sehr sportliche, sehr robuste Uhren mit einem unverkennbaren Tutima-Design, einer unverkennbaren Tutima-DNA, die ich euch auch gerne gezeigt hätte, aber ich will das jetzt nicht episch ausrollen. Schade, dass ich das nicht kann. Ich wünschte, es wäre anders. Ich hoffe, dass ich bei den anderen Marken nicht für ähnliche Probleme bekomme, denn mit Bildern und mit entsprechenden Infos zu den gezeigten Uhren ist das Ganze etwas lebendiger. Der Vollständigkeit habe, wollte ich diese beiden Marken mal nicht ausklammern, weil sie ganz klar fest zu der Glashütter Uhrenindustrie gehören. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.